Und wenn die weiter wachsen, werden sie echt zu einer Bedrohung. Aber was die haben, ist eine ganz einfache Ideologie. Zurück im 7. Jahrhundert, in die Zeiten des Propheten Mohammed und sich so verhalten, wie der Prophet das gemacht hat. Köpfe abschneiden. Das ist nämlich passiert, als der Mohammed seinen ersten großen Sieg errungen hat über die Goresh. Also es ist eine rückwärtsgewandte Utopie, wenn Sie so wollen. Und für viele im Westen ist das eine Ersatzdroge. Allah wird zur Ersatzdroge. Und man darf, wenn man an Allah glaubt, darf man alles tun, um ins Paradies zu kommen. Und ich habe ein Video gesehen, das mich zutiefst erschüttert, sondern ich finde es grauenvoll, wie nur irgendwie denkbar. Und das ist symptomatisch. Einer dieser Terroristen fängt einen syrischen Soldaten, schmeißt ihn auf den Boden und schneidet ihn mit einem Kurzmesser, nicht mit einem Säbel, den Hals langsam durch. Und dieser Mensch schreit, so wie Tiere, wenn sie sterben. Es ist der grauenvollste Anblick, den ich je gesehen habe. Ich habe viele Kriegsbilder gesehen, aber so etwas Widerliches habe ich vor und nachher nie wieder gesehen. Und diese gleichzeitig Allah-Rufe und die Fahne hochhalten. La, ila, ila, la. Es gibt kein Gott außer Gott. Und das alles, dieser Mix, das ist schon wahnsinnig. Und das wird ins Internet gestärkt. Das ist sozusagen Blut, Rausch und Hightech. Die beherrschen das Internet und wenn sie auf Twitter rausfliegen, dann machen die auf anderen, machen sie einfach weiter.